Greven ist eine Mittelstadt im Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen. Sie liegt im Euregio-Raum zwischen Münster und Osnabrück. Geografie Greven liegt im Münsterland an der Ems. Der Fluss teilt die Stadt in die beiden Stadtteile Greven links der Ems und Greven rechts der Ems, die vor der Stadtwerdung eigenständige Dörfer waren. Auch fließt bei Hembergen die Glane der Ems zu, der Dortmund-Ems-Kanal und die A1 durch querender Stadtgebiet. Die Münster-Schea ermündet bei Greven in die Ems, ohne das Stadtzentrum dabei direkt zu erreichen. Im östlichen Stadtgebiet liegt der Franz-Felix-See. Als Naturschutzgebiete sind die Schutzräume in den Ventruperbergen sowie das Gebiet der Bockholterberge im Süden beim Stadtteil Gimpte zu nennen. Greven grenzt an Altenberge, Nordwalde, Ems-Detten, Saarbeck, Lattbergen, Ostbevern und Telgte, sowie an Münster. Greven ist in die Kernstadt an der Ems, den Ortsteil Reckenfeld, die kleinen Ortsteile Gimpte und Schmedehausen, sowie die Bauerschaften Althrup, Bockholt, Füßtrup, Guntrup, Herbern, Hüttrup, Maistrup, Pentrup, Westerode und Ventrup unterteilt. Insgesamt zählt die Stadt somit fast 36.000 Einwohner. Geschichte Greven leitet sich aus dem Siedlungsnamen Grevaren ab. Was so viel bedeutet wie bei den Greven und sich auf die vor- und frühgeschichtlichen Emsame bezieht. Auf Grevener Gebiet sind Spuren von Jägern der mittleren Steinzeit gefunden worden. Es gibt Spuren von Siedlungen aus der Jungsteinzeit, ein Grab aus der Bronzezeit und vor römische Funde. Mittelalter zur Zeit der Sachsen liegt Greven an der nördlichen Spitze des Dreingaus. Zu diesem Zeitpunkt scheint es rund um den Ort verschiedene bäuerliche Anwesen gegeben zu haben. Das Freilichtmuseum Sachsenhof in Grevenpentrup ist die Konstruktion eines Anwesens, das im Münsterschenstadtteil Gelme ausgegraben wurde. Seit Beginn der Sachsenkriege sind fränkische Siedler nachweisbar. Grevens lage an einem Emsübergang und am Ende der schiffbaren Ems bestimmten lange Zeit die Entwicklung des Dorfes. Zur Sicherung des Emsübergangs wurden acht Höfe, die durch einen Vogt verwaltet wurden, entlang der heutigen Markt- und Münsterstraße angelegt. Circa 793 Gründung der Kirche Sankt Martinus durch den Heiligen Liüca. Greven zählt zu einer der Urpfarreien, die um 800 von Bischof Liüca gegründet wurden. Um 900 wird der Name Grevaon erstmals urkundlich erwähnt. Zwischen 900 und 1200 gab es eine mittelalterliche Siedlung im heutigen Gewerbegebiet Ventrup-Ost, die jüngst archäologisch untersucht wurde. Seit 1200 hatte Greven das Marktrecht, das wohl mit der exponierten Lage des damaligen Dorfes zusammenhängt. Der Markt im August besaß über regionale Bedeutung. 1257 wird erstmals die Burg Schöneflied am Emsübergang erwähnt, die dem Ritter Dietrich von Schönenbeke gehört. Sie wird 1275-76. von Bischof Eberhard von Diss zerstört, unter anderem wohl, weil Dietrich sich als Raubritter betätigte. 1335 bis 1370 errichtet das Münster-Scheedom-Kapitel fast an der gleichen Stelle eine neue Burg, die als Zeuburg und zum Schutz des Emshafens dient. Diese Burg verfiel ab 1803. Heute sind nur noch wenige Spuren davon zu sehen. Ende des 16. Jahrhunderts erlebte Greven wegen seiner guten geografischen Lage einen gewissen Aufschwung durch den Fernhandel. Die Ems-Schifffahrt lebte durch die Pünden wieder auf. Der Grevener Markt hatte durch einen dramatischen Überfall von niederländischen Reitern 1589 allerdings einen herben Rückschlag und verlor an. Überregionaler Strahlkraft. Plünderungen, Seuchen und Brände trugen während des Dreißigjährigen Krieges und danach zum Niedergang des Dorfes bei. Erst ab 1700 nahm Greven vor allem durch den Textilhandel wieder einen gewissen Aufschwung. 1803 wurde das bis dahin Fürstbischöfliche Dorf preußisch und gehörte ab 1808 zum Großherzog Thunberg und 1811 zum Französischen Kaiserreich. Ehe Greven in Folge des Wiener Kongresses wieder zu Preußen kam. Verwaltungsmäßig gehörte es von da an zum Landkreis Münster im Regierungsbezirk Münster der Provinz Westfalen. Mit der Gründung der Grevener Baumwollspinnerei 1855 begann in Greven die Industrialisierung, die vor allem durch das Kapital der im Fernhandel wohlhabend gewordenen Kaufmannsfamilien vorangetrieben wurde. 1856 wurde die Eisenbahnlinie Münster-Emden eingerichtet, 1892 bis 1898 der Dortmund-Emskanal gebaut. Im Ersten Weltkrieg wurde in der Bauerschaft Hembergen ein Munitionsdepot gebaut, aus dem sich nach dem Krieg der Ortsteil Reckenfeld entwickelte. 1933 wählten gut 12% der Grevener die NSDAP, in der katholischen Stadt war nach wie vor das Zentrum sehr stark. Im Februar 1945 wurde Greven bombardiert, 10 Menschen kamen dabei ums Leben. Ostern 1945 eroberten britische und kanadische Einheiten die Stadt. Ein düsteres Kapitel der Stadtgeschichte wird erst in jüngster Zeit beachtet, die Zwangsarbeit in der Zeit des Nationalsozialismus. Informationen, Greven betreffend, findet man unter NSDZwangsarbeit im Münsterland. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 gehörte Greven zur britischen Besatzungszone. Bis 1950 wurden Tausende von Displaced Persons in die Pilagern im Grevener Norden und in Reckenfeld untergebracht. Die meisten von ihnen stammten aus Polen und dem Baltikum. Die Lager wurde von einem Team der UNRRA betreut. Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen in Münster erhielt die Gemeinde Grevendorf am 28. Januar 1950. Das Stadtrecht Am 10. August 1952 wurden die Gemeinden Greven rechts der Ems und Greven links der Ems, die am 1. Oktober 1894 durch Ausgliederung aus Greven selbstständig geworden waren, wieder eingegliedert. Die Gemeinde Gimte wurde am 1. Januar 1975 eingemeindet. In den 1960er Jahren geriet die Textilindustrie in eine schwere Krise. Hohe Arbeitslosigkeit war die Folge. Mittlerweile hat sich die Lage jedoch weitgehend entspannt. Um den Flughafen Münster aus Nahrbrück haben sich vor allem Logistikfirmen angesiedelt. Religion Im Jahr 2013 gehörten 56,2% der Einwohner von Greven der römisch-katholischen Konfession an, 19,6% waren evangelischen Glaubens und 28. 2% gehörten anderen Religionsgemeinschaften oder keiner Konfession an. Die katholische Kirche ist seit November 2012 in nur noch zwei Pfarrgemeinden aufgeteilt. Die Pfarrgemeinden Sankt Martinus mit den sechs Körkhorten Sankt Martinus Sankt Maria Himmelfahrt, Heilige Schutzengel Sankt Wendelen Sankt Josef und Sankt Franziskus und die kleine Pfarrei Sankt Johannes Baptist im Grevener Ortsteil Gimte Die Martinuskirche in der Grevener Innenstadt ist die Pfarrkirche der Kirchengemeinde. Zur Pfarrei Sankt Martinus gehörten 2013 gut 19.000 1.500 Katholiken zur Pfarrei Sankt Johannes Baptist in Gimte circa. Die Kirche Sankt Maria Himmelfahrt wurde am 7. September 2013 offiziell als Jugendkirche Mary S. eröffnet. Mit dem Schwerpunkt auf Jugendliche und junge Erwachsene hat sie ein jugendgerechteres Angebot als die traditionellen Gottesdienste der anderen fünf. Körkhorte der Gemeinde Die evangelische Kirchengemeinde Greven hat mit der Christuskirche am Wilhelmsplatz und der Erlöserkirche in Reckenfeld zwei Gottesdienststätten. Politik Grevens Bürgermeister heißt Peter Wenemeyer. Der SPD-Kandidat setzte sich bei der Bürgermeisterwahl im Mai 2014 mit 51. 0% der Stimmen im ersten Wahlgang gegen den Herausforderer Josef Pannhoff mit 30,8% durch. Ergebnis der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 Der Rat verkleinerte sich im Vergleich zu 2009 um zehn Mitglieder. Blasonierung 1939 wurden für das Amt Greven und seine Gemeinden Wappen eingeführt. Mit der Erhebung zur Stadt 1950 erhielt Greven ein neues und heute noch gültiges Stadtwappen. Die Silberne im Spünter auf blauem Hintergrund tauchte schon auf der Stadtrechtsurkunde vom 22. November 1949 auf. Der Entwurf stammt wahrscheinlich vom Graf Wilker Malek, der auch zuvor alle anderen Grevener Wappen gestaltete. Das Schiff als Wahrzeichen Grevens symbolisiert eine lange Tradition als in Punkt der Schifffahrt auf der Ems. Die Fahne Grevens ist weiß-blau. Städtepartnerschaft Seit 1968 unterhält die Stadt Greven eine offizielle Städtepartnerschaft mit der Stadt Montages in Frankreich. Kultur und Sehenswürdigkeiten Bauwerke von der Kirche St. Martinus abgesehen, die in ihrem Kern romanisch ist, in der Gotik und noch einmal in der Neugotik erweitert wurden. Und einigen Teilen alter Höfe gibt es in Greven kein Haus aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg. Die Burg Schöne Flied, die einmal eine wichtige Zollburg an der Ems war, ist bis auf die Grundmauern verschwunden. Die ältesten Köter und Ackerbürgerhäuser der Stadt stammen aus dem 17. Jahrhundert. In der Innenstadt stehen einige sogenannte Fabrikantenvillen aus dem 19. Jahrhundert, die im Stil vom Spätklassizismus über den Historismus bis zum Jugendstil variieren. Prägnanter Bau mit viel Glas und Beton ist das neue Grevener Rathaus von 1973 Architekt Dieter Österling. In der Bauerschaft Pentrup steht der sogenannte Sachsenhof, die Nachbildung eines Gehöfts aus der Zeit um 800 in CHR, wo experimentelle Archäologie eine große Rolle spielt. Die Dorfkirche im Ortsteil Gimte hat den ältesten Taufstein des Münsterlandes aus dem 12. Jahrhundert. Kulturangebote Kulturelles Zentrum in Greven ist das Kulturzentrum GBS. Mit der Kulturschmiede und dem Ballenlager auf dem ehemaligen Gelände der Grevener Baumwollspinnerei. Dort bietet die Grevener Kulturinitiative KIE regelmäßig Kleinkunstveranstaltungen wie Kabarett, Jazz, Jensen und ähnliches an. Der Kunstverein Greven führt im Kunstturm jährlich vier Ausstellungen von Künstlern der Gegenwartskunst durch U.A. Weltweit bekannte Künstler wie Polke, Baselitz oder Rückriem, aber auch junge Künstler. Regelmäßige Theatervorstellungen zeigt die Freilichtbühne Grevenreckenfeld. Die Rekonstruktion einer Hofanlage, genannt der Sachsenhof aus dem Frühmittelalter in Grevenpentrup, vermittelt Besuchern das Leben der Menschen zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert. Hier wird auch der Anbau von frühen Nutzpflanzen gezeigt und deren Weiterverarbeitung dargestellt. Die Initiatoren der Aula-Konzerte organisieren in regelmäßigen Abständen Konzerte mit klassischer Musik. Die Musikschule Emstetten-Greven-Sayerbeck hat ein Sinfonieorchester und eine Big Band, die regelmäßig Konzerte geben. Außerdem gibt es in Greven eine ganze Reihe musiktreibender Vereine und Laienchöre, die regelmäßig öffentliche Auftritte haben. In Greven gibt es nach Auskunft der Stadtverwaltung 30 Vereine, die 43 Sportarten anbieten. Unter anderem hat die Stadt vier große Meersparten-Sportvereine, zwei Reitvereine und zahlreiche kleinere, teilweise sehr spezialisierte Vereine. Außerdem verfügt Greven über einen 18-Loch-Golfplatz, ein Hallenbad, ein Freibad, mehrere Sportplätze und Hallen, mehrere Reitanlagen, einen Segelflugplatz und einen Jachthafen. Die erste Mannschaft der Handball-Damen des SC Greven 09 ist nach der Saison 2014 15. als Absteiger aus der Oberliga Westfalen aus Personalmangel aufgelöst worden. Die bisherige Reserve fungiert nun mehr als erste Damenmannschaft und spielt in der Landesliga. Die Fußballer des SC Greven 09 in der Kreisliga A, letztere sind in den letzten 50 Jahren häufig zwischen Landesliga und Kreisliga A gependelt. Ein neuer Kunstrasenplatz entstand in diesem Jahr 2012 ausschließlich aus Mitteln von Sponsoren und Mitgliedern der großen Fußballabteilung mit rund 600 Mitgliedern. Die Lateinformation des TSC im Casino Blau-Gold Greven stieg in der Saison 2009 als zweiter der 2. Bundesliga in die 1. Bundesliga auf. Die erste Mannschaft der Triathlon-Abteilung des TVE Greven startet in der NRW-Liga, die Volleyballer des TVE Greven in der Oberliga. Auch die Karate-Abteilung des TVE Greven feiert Erfolge auf nationalen und internationalen Meisterschaften. Die Tennisvereine TC Rot-Weiß Greven, TC Grün-Weiß Reikenfeld und Top-Tennis sind ebenfalls erfolgreiche und jugendfördernde Sportvereine. Top-Tennis ist 2015 mit der DJK Blau-Weiß fusioniert und bildet nun die Tennisabteilung der DJK. Die erste Tischtennismannschaft der DJK Blau-Weiß ist 2016 in die Verbandsliga aufgestiegen. Im Sommer 2005 schlossen sich die Männer-Handball-Abteilungen des SC Greven 09 und des SC Reckenfeld zur Handballspielgemeinschaft Handballfreunde Reckenfeld Greven 05 zusammen. Die erste Herrenmannschaft der Handballfreunde spielt in der Kreisliga. Ein sportlicher Höhepunkt stellt der im Jahr 2007 zum ersten Mal ausgetragene Grevener Beach Cup dar. Zu diesem Beach-Handball-Turnier laden die Handballfreunde Teams aus der Region und auch aus der überregionalen Beach-Handball-Szene ein. Auf zwei Feldern direkt an der Ems spielen über 20 Herren- und Frauenmannschaften die Sieger aus. Eine weitere in Greven erfolgreiche Sportart ist das M-Kung-Fu. Der Sportverein SC Greven 09 beherbergt das Kung-Fu-Center-Kreis Steinfurt und richtete 2009 die Deutsche Meisterschaft im Mantis-Kung-Fu aus. Eine weitere Kung-Fu-Abteilung gibt es bei DJK Blau-Weiß. In Greven gibt es in den verschiedenen Ortsteilen 18 Schützenvereine und Schützenbruderschaften. Im Jahr 1923 entstanden die Vereinigten Schützengesellschaften Greven. Dieser Dachverband hat die Aufgabe, Schießveranstaltungen und vereinsübergreifende Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. Die älteste vereinsübergreifende Veranstaltung war das Schießen um die Wanderkette in den 1920er Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg organisierten sich die Vereine und auch die Vereinigten neu. Seit 1957 werden regelmäßig die Stadtmeisterschaften im KK-Gewehr und Luftgewehr auf den beiden Grevener Schießständen ausgetragen. Mitte der 1970er Jahre entstand die Idee, einen Stadtgeiser aus den aktuellen Schützenkönigen der Schützenvereine zu ermitteln. Über diesen Punkt entzweiten sich die Vereinigten und es entstanden zwei Vorstände mit dem gleichen Namen. Der eine Vorstand organisierte weiterhin die Stadtmeisterschaft im KK-Gewehr und Luftgewehr, der andere Vorstand organisierte ab 1976 jährlich, später dann dreijährlich das Stadtgeiser schießen. Im Jahr 2002 begann unter der Führung der beiden Vorsitzenden der endgültige Zusammenschluss unter einer Führung. Seit dem Jahr 2003 ist der Verein unter der Bezeichnung Vereinigte Schützengesellschaften 1923 e.V. tätig. Die Hauptaktivität des Vereins ist die Förderung des Grevener Schützenwesens, Planung und Durchführung des Stadtgeiser Schießens und der Stadtmeisterschaft im KK-Gewehr und Luftgewehr. Seit 1958 besteht der einzige Schießsportverein der Stadt Greven, die Schießsportfreunde Greven. In diesem Verein wird allein das sportliche Schießen in den Vordergrund gestellt. Die Schießsportfreunde betreiben einen Schießstand mit vier Bahnen, 50 Meter, zehn Ständen Luftgewehr und einen Stand, laufende Scheibe. Wirtschaft und Infrastruktur Greven hat wie das gesamte Münsterland eine recht geringe Arbeitslosenquote, sie liegt derzeit bei 5.8% und damit etwas über dem Durchschnitt im Kreis Steinfurt. Ehemals fast reine Textilstadt hat nach einer tiefgreifenden Krise nun die Logistikbranche für Greven besondere Bedeutung. Rund 3.000 Arbeitsplätze hängen an diesem Unternehmen. Besonders die Firmen Fiegel, Luhns, das Paket- und Briefzentrum der Post und seit März 2006 die K-Sekunden-Versandzentrum für den Shopping-Sender HSE24 haben eine große Bedeutung. Die Discounter-Firma Aldi Nord ist mit einer ihrer Regionalniederlassungen ansässig zuzüglich eines großflächigen Zentrallagers. Die wichtigsten Banken am Ort sind die Volksbank Greven, die Kreissparkasse Steinfurt, die Deutsche Bank und die Commerzbank. Über 160 örtliche Firmen haben sich im Wirtschaftsforum Greven zusammengeschlossen, um gemeinsam ihre Interessen zu vertreten. Präsident ist seit März 2012 Michael Fliss. Als erste Stadt Deutschlands erfüllt Greven die Kriterien einer 1a-Einkaufsstadt und erhielt den Titel vom Düsseldorfer Wirtschaftsdienst Markt. Intern im Jahre 2007 verliehen. Greven hat erst jüngst gemeinsam mit Amstetten ein großes Gewerbegebiet im Ortsteil Reckenfeld erschlossen. Derzeit wird im Ortsteil Ventrup-Ost ein neues Gebiet ausgewiesen. Gemeinsam mit der Stadt Münster und dem Kreis Steinfurt ist ein 200 Hektar großer Airportpark unmittelbar zwischen dem Flughafen Münster-Osnabrück und A1 in Planung. Der wichtigste Zweig des Grevener Tourismus ist das Fahrradfahren. Greven Marketing e.V. betreibt eine Fahrradstation, bei der Touristenräder ausleihen können. Außerdem hat die Touristinformation des Vereins ihren Sitz in der Innenstadt. Der beliebte Ems-Radweg führt quer durch das Stadtgebiet. Daneben spielt auch der Kanusport auf der Ems und zunehmend der Reittourismus eine große Rolle. In Greven gibt es beispielsweise zwei Reitvereine und zwei Isländerhöfe. Im August 2004 wurde Deutschlands erster integrativer Reitweg für Menschen mit Behinderung eingeweiht, der teilweise über Grevener Gebiet führt. Am Grevener Campingplatz Westheide gibt es eine behindertengerechte Service-Station, auf der die Pferde versorgt werden können. Die Landwirtschaft spielt in Greven noch eine durchaus bedeutende Rolle. Allerdings stehen die kleinen und mittelständischen Höfe unter enormem wirtschaftlichen Druck. Die meisten Betriebe betreiben Bullen-, Schweine- oder Geflügelmast. Angebaut werden in erster Linie Futterpflanzen, vor allem Mais. Greven hat fünf Grundschulen, eine Hauptschule, zwei Realschulen, ein Gymnasium, eine Gesamtschule und eine Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Sprache. An jeder der fünf Grundschulen und in den Jahrgängen 1 bis 6 der Förderschule gibt es Betreuungsangebote bis längstens 16 Uhr zur freiwilligen Teilnahme in der offenen Ganztagsschule. Die Hauptschule baute den gebundenen Ganztagsbetrieb ab dem Schuljahr 2006-07 beginnend mit dem fünfte Jahrgang jahrgangsweise auf. An den Realschulen und am Gymnasium erhalten Schülerinnen und Schüler umfangreiche Angebote zur freiwilligen Teilnahme nach Schulschluss an. Nachmittagen. Mit dem Schuljahr 2012-13 entstand die Gesamtschule aus dem Zusammenschluss der benachbarten Haupt- und Justin-Kleinwächter-Realschule, welche nun keine neuen Schüler mehr aufnehmen. Außerdem hat die Gemeinde gemeinsam mit Emstetten und Seierbeck einen Zweckverband für die Musikschule und für die Volkshochschule. Die Schulen machten am Projekt Schule ohne Rassismus Schule mit Courage mit. Neben den etablierten Schulen gibt es noch die VHS, welche ein großes, breit gefächertes Angebot bereithält. Greven hat eine Stadtbibliothek mit einem ständig wachsenden Medienangebot, deren Katalog online erreichbar ist. Die Stadtbibliothek beteiligt sich alljährlich mit sehr guten Ergebnissen am BIX, einem deutschlandweiten Bibliothekenvergleich der Bertelsmann Stiftung. Mit 142.500 Besuchern und 358.000 Ausleihen wurde 2009 ein neuer Rekord aufgestellt. 2011 gab es sogar 390.067 Ausleihen. Unter anderem stehen rund 38.500 Bücher und 50 diverse Zeitschriften, insgesamt über 50.000 Medieneinheiten, zum Ausleihen bereit. Greven hat ein modernes Stadtarchiv, das auch im Internet erreichbar ist. Die Seite bietet historische Informationen zur Ortsgeschichte, die zum Teil auch kostenlos als Download verfügbar sind. Über die Seite des Stadtarchivs im Archivportal NRW sind Informationen zu den Beständen abrufbar. Zeitungen am Ort Westfälische Nachrichten Grevener Zeitung Wir in Greven Hallo Über regionale Bedeutung erfährt Greven durch den auf seinem Stadtgebiet liegenden internationalen Flughafen Münster-Osnabrück-FMO. Die Passagierzahlen waren lange Zeit sehr stark rückläufig gewesen und erholen sich seit 2015 leicht. Am FMO entsteht ein Airportpark. Einen eigenen Autobahnanschluss hat der FMO bereits seit einigen Jahren. Der Flughafen Münster-Osnabrück dient neben Urlaubs-Charterflügen hauptsächlich als Zugbringerflughafen. Lufthansa fliegt mit relativ hoher Frequenz Frankfurt und München an. Greven hat Anschluss an die angrenzende Autobahn A1. Die B219 und die B481 verlaufen durch Greven. Die Stadt liegt an der Bahnstrecke Münster-Rheine und gehört der Verkehrsgemeinschaft Münsterland an. Stündlich verkehren auch Regionalzüge, die weiter nach Emden bzw. über Köln nach Krefeld fahren. Der Bahnhof Greven liegt links der Ems und ist von der Innenstadt aus in 10 Minuten fußläufig zu erreichen. Auch der Ortsteil Reckenfeld verfügt über eine Haltestelle. Die Stadt wird von einer Stadtbuslinie bedient. Außerdem gibt es Regionalbusse nach Münster, Nordwalde, Emstetten, Ebenbüren und Seierbeck. Vom Flughafen fährt ein Schnellbus nach Osnabrück. Greven grenzt an die hier nicht schiffbare Ems, die dafür als Kanustrecke beliebt ist. Der Dortmund-Ems-Kanal tangiert den Ortsteil Schmedehausen. Im Ortsteil Füßtrup gibt es einen Jachthafen mit Wohnmobil, Stellplatz sowie den KÜ. Die Kanalüberführung Hier führt der Dortmund-Ems-Kanal in einem Trog über die Ems. In Greven gibt es eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften, der etwa 200 freiwillige und 14 hauptamtliche Feuerwehrleute angehören. Die Feuerwehr Greven setzt sich aus den Löschzügen Stadtgimte, Reckenfeld, Schmedehausen und Westerode zusammen. Für die Jugend bietet die Feuerwehr eine Jugendfeuerwehr mit 21 Jugendlichen. Der Rettungsdienst wird in der Woche durch die hauptamtlichen Feuerwehrleute sichergestellt. An der Wache am Hansa-Ring sind Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug stationiert. Am Wochenende wird der Rettungsdienst durch den Malteser Hilfsdienst sichergestellt, der ebenfalls über einen Rettungswagen verfügt. Das Notarzteinsatzfahrzeug wechselt am Wochenende ebenfalls zur Malteser Rettungswache UPN-Ninesch. Darüber hinaus stellt die DRG Greven neben der Feuerwehrreine eine der beiden Tauchergruppen im Kreis Steinfurt. Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Johann Christoph Biederlack Kaufmann Bernhard Niehus Deutscher Historiker Mitglied des Preußischen Herrenhauses Josef Biederlack SJ Katholischer Theologe Professor für Kirchenrecht in Rom und Innsbruck Heinrich Ottengen Gründer des Museums Dorf Kloppenburg Wilhelm Palmes Maler Werner Wolbert Römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer Wilhelm Bruns Hornist und Spezialist auf dem Ventillosen Naturhorn Christian Wilp Journalist Chef Korrespondent im Hauptstadtstudio Berlin von NTV und RTL Jochen Reidegeld Aktivist gegen sexuellen Kindesmissbrauch Henning Verlage Mitglied der Band Unheilig Musikproduzent Persönlichkeiten, die mit der Stadt verbunden sind Ulrich Brinkhoff, deutscher Fotograf und Schriftsteller Willi Herren, Schauspieler und Entertainer Werner Heukamp Der katholische geistliche Autor und Heimatforscher war von 1966 bis 1969 Kaplan an Sankt Martinus und leitete von 1969 bis 1994 als Pfarrer die Sankt-Maria-Himmelfahrt-Gemeinde sowie ab 1975 auch den Pfarrverband Greven Justin Kleinwächter, Gründer des Fallschirmsportclubs Münster, Namensgeber einer Grevener Realschule Fritz Pöcking war ein deutscher Naturfotograf und Verleger Er gilt als einer der Wegbereiter der modernen Tierfotografie in Europa Er lebte bis 2007 in Greven Albert Volkmann, bekannter deutscher Schachkomponist Untertitelung des ZDF für funk, 2017